Jetzt geht das Leben erst richtig los. Glauben Sie, zu alt zu sein, um Ihr Leben noch zu verändern oder etwas Neues zu erlernen oder erleben zu können? Dann möchte ich Ihnen Mut machen, Ihr Alter, das nämlich Erfahrung und Erkenntnis bedeutet, als Chance anzusehen und aus diesem Potenzial das Leben zu entschaffen. Lassen Sie uns den heutigen Tag als einen Neuanfang ansehen, an dem Sie einfach einen geistigen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und ganz neu beginnen. Klädeln Sie sich doch bitte einmal gemütlich zurück und denken Sie darüber nach, was war es eigentlich, was Sie sich früher immer gewünscht haben? Was wollten Sie eigentlich alles erreichen? Was erleben? Und was davon haben Sie nie getan, gelernt oder nie erlebt? Genau das schreiben Sie sich doch bitte einmal auf, um einen Überblick über das zu bekommen, was eigentlich noch zu tun, zu genießen, zu erledigen ist. Dazu schreiben Sie bitte auf, was Sie außerdem erreichen möchten, ohne darüber nachzudenken, ob und wie Sie dies verwirklichen können. Und lesen Sie diese Aufzeichnungen täglich mehrmals durch. Denken Sie dann darüber nochmal nach, was und wie Sie es vielleicht doch erreichen können. Und schreiben Sie Ihre Gedanken, Ideen und Pläne dazu. Sie werden schon bald merken, wenn Sie sich mit neuen Zielen und Aufgaben befassen, nehmen Sie wieder aktiv im Leben teilhören. Ihre Energie wächst und Ihre Motivation steigt ständig an. Sagen Sie sich jetzt, die Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft, weil ich jetzt nicht mehr auf Misserfolge oder vertannte Chancen zurückblicke, sondern nur auf Nachfolge sehe in meine Zukunft. Ich habe ein großes Potenzial an Erfahrung und Wissen. Und dies werde ich nutzen, um mich selbst herauszufordern. Die Zeit des Jammers ist vorbei. Die Zelt des Händelns ist gekommen. Natürlich ist es nicht leicht, das Leben völlig zu verändern, doch es ist nie zu spät. Jede Minute, die Sie verschenken, ist unwiederbringlich verloren. Jede Minute, die Sie verschenken, die Sie verschenken, die Sie verschenken,